Ich bin schon Bullen! AAAAAAAAHHHHH Jetzt! Komm zurück, Zepp! Uuuuuh, stürzt! Ja, was denn? Oh man, du Idiot! Was denn? Was sollten wir überhaupt tun? Oh! Du musst im Tekken... Achso, achso, achso! Das habe ich nicht bekommen! Habe ich doch gesagt, komm zurück! Ich dachte, du hast irgendwas vergessen! Unglaublich, der Junge! Werf doch einfach eine Granate! Ja, ich bin doch dabei! Werf doch einfach eine Granate dahin! Scheiße, meine verdammten Bolotovs kommen nicht an! Ah, heiß 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 heiß! Hahaha! Unglaublich, der Junge, unglaublich! Wie kann man nochmal die Granaten wechseln? Oh, äh, eh! Oh, die Schuhlieder! Oh, die Schuhlieder! Hör mich einfach bei uns an... ...mit die Granaten vor! Weg da, wir schießen ein Ding zu uns! Oh, die Schuhlieder! Und so war es! Die Schuhlieder begannen ihre technisch-legal- ...technisch-legal- ...technisch-legal- ...determined, um zu leben, lange genug zu sein, von der Polizei zu sein, während sie ihre Schuhlieder sind. Sie öffnen Feuer auf die Hörden der Schuhlieder, die auf sie auf sie... Wow, f**k! Ein zweiter Eingang wird auf die Öffnung! F**k! Die Schuhlieder! Man verteilt den jetzt hier, ne? Die sind schon tot hier! Das ging aber schnell! Was hast du denn für eine Waffe, Alter? Da ist noch einer! Da ist noch ein Pfeil! Warte auf Jimmy! Wer ist Jimmy? Hallo? Hallo? Hä, Seth, guck mal! Ja! Sieh das nicht geil aus? Das sieht nett aus! What?! Was denn? Schicki! Ja! Ich bin böse! Leute, der hinten rennt doch einer rum! 9, 8, 7, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 9! Scheiße! Den muss ich töten! Er rentt da hinten rum! Warte! Warte! Äh... Noi! Nein! Ach! Was? Oh nein! Ich bin wieder eingehüfft! Ach! Ach Mensch! Scheiße! Sorry! Ach! M.. Sind wir vielleicht wieder... Ach wir sind wieder am Checkpoint! Nee, sind wir doch nicht! Noll! Hör mal auf, Kranaden auf mich zu werfen! Noll, ich hab's dir geschossen! Wie rumpft. Das ist der Fall, Jimmy! Ich hab den Polizei gehört, dass du in die Passen geraten hast! Okay, also das ist der Eingang hier, okay. Versteh. Ah, warte, du schon mal dahin, genau. Ich mach das hier schon. Wow! Lüchen! Den schießen die denn ab? Sepp, rein 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 rein! Ja, ja, ich rede schon. Komm mal! Da! Da! Kann man, so meine Freunde. Das reicht! Ja, gut. Aber achten, ob die Zeit ist. Ja, ja! Guck das hier, Fresser. Okay, ich will das. Wo ist denn der? Okay, geh zurück. Jetzt haben alle getötet. Jetzt sind dann tatsächlich weg. Jimmy's Auto! Boah, Alter. Okay, ich hab's Auto. Warum fährt Jimmy? Ich will nicht, dass Jimmy fährt. Das ist kacke. Ach so, nein. Steigen, Jimmy's Auto ein, bin doch da. Hallo? Warte! 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 Dann steig aus und lass mich rein! Hallo! Warte, Alter! Kann ich jetzt? Ah, jetzt geht's. Okay. Pull ich da vorne setzen! Ich bin am Fein versetzen! Ha! Ach ne, der andere Seite. Bist du eigentlich zu mir? So, wir haben alle Granatenwerfen, du auch? Jop! Wir haben unendlich Missions noch mehr. Ich liebe solche Missions, wo man unendlich mit Boni hat. Ja, such mal die Helikopter, wo du das Auto ballern kannst. Ja, wenn ich ihn kriege. Gott, Helikopter down! Wollen wie sie schießen? Guck mal! Der Heiter, wie sie schießen, der ist geil! Mit deiner Hand! Vorsicht! Sie sind gleich tot! Nicht zu nah schießen, Mann! Oh! 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 1 Vamos! Was machst du Fighting? Seit wann können denn Pha-ottes so Global sein? Wir haben doch noch bald eine richtige Gewichtsverlackung gefunden. Oh! Stopt! Stop! Stop! Stop Stop! Stop stop! Das muss mit Helmer nicht nach kniferecken. Waskunft! Wir haben ja nur den eran적인. wenn wir ein paar Lackschäden haben und treffe ich die Treppe auch 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 Wow, was ist denn da vorne? Wow Was fährt denn der Typ zusammen, Alter? Das ist schlimmer als ich, oder du? Ja, wollte ich gerade sagen, da fährt der Typ weiter. Aber ich werde richtig hören. Aber er sagt, wir sind gefahren. Oder einen Umweg, die Lust zu werden. Das war ganz gut. Das war ganz gut. Auch die sind Zielsuche. Nee, das ist mitgekriegt. Ja. Und sonst treffen die Heli nicht. Ah, zu mir leidisch. Du musst noch 10 Bullenautos zerstören. Finde. Äh, das ist eine Mission. Nee, das Startfinds nur 1, das ist wahrscheinlich eine Umschaffung. Ja, ja, genau. Fünf. Nee, ich muss auch noch fünf. Ach, du auch, ja? Nein, ich habe nicht erwischt. Okay, dann kriegen wir die Mission zusammen. Cool. Das habe ich. Das ist ein netter Typ. Das macht's nicht. Hallo? Juhu. Das ist schon mal. Das ist gerade irgendwie total komischer Mikro rumgehangen. Top-Story. Boah. Soll ich mich immer auf ein Autobahn hängen für den R2? Okay. Okay. Wir brennen. Fuck. Warum konnte nicht einer von uns fahren? Das ist doch viel besser. Ihr könnt das viel cooler. Blablabla. Noo. 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 Ja. Hast du gesagt noch mal? Okay, machen wir noch mal. Riecht mal eine hohe Stimme, man. Oh, der hat ein Aua. Oh, der hat ein anderes Auto im Auto hängen. Was ist jetzt drin? Was ist mit dir, Felix? Hallo. Hallo. Beweg dich. Felix. Ja. Gott. Ich kann das auf meinem Telefon hier beziehen. Ich habe mein Name schon. Hörst du. In der Zeit, ich habe die Tanks von 50. Die drei sind auf einem Tisch. Die drei sind auf einem Tisch. Die haben eine Propulierung des Spielpunkt. Ich glaube, wir müssen mal probieren, äh, probieren, kontinuierlicher, nicht auf unsere Autoscheats zu schließen. Ja, versuchen. Das habe ich ja schon schon gesagt. Also, versuch lieber bei der vorne zu schließen. Ich glaube, wie sie machen. Oh, das wird direkt hier bei uns. Ha! Geil. Da ist er ja. Bop, wop, 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 wop. 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 Haa. Ich könnte ihn so gerne selbst fahren. Wie kommt's überhaupt nicht? Ist doch nur ein kleiner Junge hier. Junge. und schießt. Helikopter vom Himmel, Helikopter vom Himmel. Vorsicht. Vorsicht. Wundene Abkürzung. Er läuft. Ich hab plötzlich einen Schuss. Sitzt du hinten oder vorne? Ich sitze vorne. Ich mach alles von vorne. Es ist nicht immer das von hinten zu nehmen und ich mach alles von vorne. Okay. Fahr, Mann, das ist doch gekehrt. Hier, fass das Ding hinter uns ab. Oh, ich hab schon. Ich sag mir alles, was von vorne kommt. Natürlich nur nach hinten. Cool, ja. Wenn nix kommt, dann kommt trotzdem nach hinten. Ich hab's noch ein Gewerk. Wir müssen an das Weg schon um. Wir müssen durchführen. Es ist besser vor uns. Die Leute kommen uns nicht mehr über mich. Ja, ein das Gat-Cloans. Oh! 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 Oh no! Heftig, Alter. Ja, Alter, wirklich. Ich bin auch grad voll konzentriert. Vor allem, du darfst ja wirklich, musst gucken, dass du nicht weit nah am Fließt und klar. Ja. Alter, wie die Zielen, das ist ein Traum. Wir haben es gleich geschafft, oder? Weiß nicht. 200 Meter noch. Ja, der bewegt sich ja. Achso. Das setzt sich sowohl anders. Mann, der ist verdammt schnell. Ja, Alter, wie schnell kann der Spacken abbrechen? Was denn noch? Ah! Oh, ich bin Schrauber. Oh, den anderen hat. Oh, der ist gleich laut. Okay, wir rauchen schon. Ah, wir rauchen schon, ja. Pack was an. Komm, Mann. Wie lang ist das hier? Boah, was ballert denn hier in uns? Ah! Ich hab' nicht gesehen. Da ist er! Die Sau. Ich hab' nicht gesehen aus. Da ist er nicht aus. Loll, Alter, wann sind wir denn nicht da? Der war grad hier und den hab' ich grad gesehen. alles waschen ich hab ihm so noch mit geschafft weiß nicht ob es jetzt weitergeht 8800 hallo das tut 8800 sagt man wenn ihr Respekt der wir wissen und ich bin jetzt der wird 20 so wird auch zum Schluss hin ich habe eine regeneration 1.000 3 gesundheit die generation 3 habe ich jetzt auch 3 kaffee alter hamart sind besserung 18.500 was wieso erforderlich 24 ist noch boni respekt respekt natürlich respekt 2 stadt das Geld überbehalten ich habe auch noch Geld bekommen wenn man ein neues Schlussfolger ich habe das Leben die Tausend als die 20.000 pro Stunde eine hamart ok ok vielen Dank für's euch schon und wir sehen uns beim nächsten Mal in Saints Row 3 tschüss das das ist das das